Hallo meine lieben Digi-Ritter, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Review zu Demon Adventure 2020, heute mit der 13. Folge der Serie. Und bevor wir loslegen, wie immer gilt die Spoiler-Warnung, ich werde die Folge einmal durchgehen und da dann Sachen dazu sagen. Und wer die Folge sich noch nicht angeschaut hat, für den ist das natürlich dann nichts. Und am Ende der Folge gehen wir dann auch auf die Preview für die nächste Folge dann noch ein. Und da werde ich dann aber, sobald wir beim Outro wie immer angekommen sind, dann immer Bescheid sagen. Das heißt, die, die die Preview für die nächste Folge noch nicht sehen wollen, die schalten dann einfach ab. Und ja, ich würde sagen, legen wir mal los. Die Folge fängt wie immer an mit einem Digimon Analyzer und dieses Mal war Biomon dran. Und ich denke mal, hier muss ich dann jetzt nicht noch viel mehr dazu sagen. Wir haben hier dann auch noch Szenen gehabt dazu. Ich habe vergessen, jetzt ist auch Untertitel aus. So, jetzt sind wir beim Intro angekommen. Das skippen wir einmal durch. Dann haben wir die, ähm, den Überblick gewerbt und das, was in der letzten Folge passiert ist mit Mimi, Palmon und der Truppe unten zusammen mit Gartomon und Andromon. Genau, und das war, ja, letzte Woche, wie ich fand, die beste Folge bisher. Aber gucken wir mal, ob die jetzt Siege dann auch überzeugen kann. So, und die, der Anfang der Folge beginnt, also der offizielle Anfang der Folge beginnt dann hier. Wir sind hier in einem Shot von, äh, dem Urwald über den, oder beziehungsweise über, von dem Wald über den, äh, die Truppe immer noch am Fliegen ist mit Bördramon zusammen. Ähm, Matt benutzt das Fernglas von Sora, um Ausschau zu halten. Joey ist luftkrank. Dem wird einfach übel durch das Fliegen. Und mehr passiert hier jetzt direkt erstmal noch nicht. Doch dann, äh, sieht Matt am Horizont, beziehungsweise in weiter Ferne, dass hier eine Gruppe bienenartiger Digimon aus dem Wald aufsteigen. Und die aber panisch voll etwas wegfliegen. Und zwar werden die verfolgt hier von Waspmon, die wie ein Schwarm, ähm, Bienen auf die Truppe dann zufliegt. Ähm, und die tun auch hier aus ihren, ja, Flügel kann man das ja nicht nennen. Das sind eher, solche Art Düsen kommt dann hier dieses dunkle Miasma raus. Das heißt, die sind auch von der Macht der Dunkelheit befallen. Und sie tun aus ihren, ja, Stachelkanonen hier vorne, tun sie, ähm, so klebriges Netz versprühen, um die Fernbeammon einzufangen. Sieht man dann hier zum Beispiel, genau, hier haben sie gerade welche eingefangen. Die Truppe beobachtet das und mit den Sätzen. Und dann, äh, werden die von einem Schatten überdeckt. Und zwar erscheint dann hier ein gewaltiges Objekt am Himmel. Beziehungsweise hier sieht man auch eine gewaltige Kanone. Hier sieht man das Objekt dann von hinten. Und, ja, es handelt sich dabei um Cannon Beammon. Den großen Antagonisten, diese Folge. Wenn man das so sagen möchte. Was mich da erstaunt hat, ist, dass Cannon Beammon als riesig dargestellt wird. Hier sieht man das im Vergleich. Also hier ist Bördramon mit der Truppe. Und das hier ist im Vergleich dann Cannon Beammon. Also Cannon Beammon ist eine fliegende Festung. Wenn man das so sagen möchte. Eine bewaffnete fliegende Festung. Und, ähm, agiert quasi als Luftbasis für die, äh, Waspmon. Ja, und die fangen die ganzen Fan Beammon ein. Um die dann mit dem dunklen Miasma dann zusammen dann auch zu Soldaten zu machen. Das heißt, Cannon Beammon ist quasi ein gewaltiger Truppentransporter. Und die rekrutieren, in Anführungszeichen, ähm, unschuldige Digimon, um die zu Soldaten des Bösen zu machen. Genau, hier werden die dann ins Innere von, also die Gefangenen werden ins Innere von Cannon Beammon transportiert. Und, ja, Bördramon, äh, attackiert dann eins der, äh, Waspmon und befreit dadurch ein paar Fan Beammon. Das bemerkt dann aber Cannon Beammon und feuert dann hier ein paar seiner Raketen dann ab, auf die Truppe. Und da diese Raketen zielsuchend sind, verfolgen die natürlich Bördramon als großes Objekt, auf das sie, ähm, ähm, einprogrammiert sind. Die Truppe muss notlanden, Joey und Gomammon fallen runter, beziehungsweise Joey fällt runter, Gomammon springt hinterher. Cannon Beammon fliegt immer noch über dem, ähm, Wald. Und inzwischen ist der Schwarm von Waspmon, der Cannon Beammon umgibt, einfach riesig geworden. Aber ich finde das auch ziemlich nice, dass wir die, äh, Fan Beammon Evo-Line jetzt auch mal hier in Anime-Form endlich mal sehen, weil weder Fan Beammon noch Waspmon noch Cannon Beammon sind jemals offiziell in einem Anime von Digimon aufgetreten. Leider haben wir keinen Tiger-Wespa-Mon auch noch zu Gesicht bekommen, aber das wäre natürlich viel zu früh und damit würden die Kinder ja noch nicht klarkommen. Ja, die Waspmon suchen jetzt von oben den Wald ab, nach den Eindringlingen. Ähm, die haben, also die Digi-Ritter, äh, die Digi-Ritter haben unterdessen nach Joey gesucht, konnten ihn nicht finden, obwohl der eigentlich hier hätte landen sollen. Dann raschelt es im Gebüsch und es kommt ein einsames Fan Beammon rausgeflogen, äh, rausgeflogen, das völlig verängstigt ist und sich Sorgen um seine Freunde macht. Sora beruhigt es, indem sie sagt, dass sie keine Bedrohung für es sind und sie nicht vorhaben, es einzufangen. Cannon Beammon fliegt weiterhin hier über den Wald und da sieht man allein schon, wie riesig das Digimon eigentlich ist. Obwohl man es eigentlich nicht vermuten würde, wenn man es zum Beispiel nur aus Digimon Masters Online oder beziehungsweise aus den Spielen kennt, da ist es ja natürlich deutlich runterskaliert. Deswegen, das war eine riesen Überraschung für mich, dass Cannon Beammon in Wahrheit so eine riesige fliegende Festung ist. Genau, jetzt erzählt, äh, Fan Beammon darüber, was, äh, dort passiert ist. Jetzt, mit dem, dass sein, er und seine Freunde, beziehungsweise seine Freunde eingefangen werden und zu Soldaten gemacht werden. Eben mit diesem dunklen Miasma. Dann sehen sie am Himmel, also die Truppe sieht dann am Himmel, dass dann Joey und Gomammon eingefangen wurden von den Waspmon und jetzt ins Innere von Cannon Beammon transportiert werden. Und, ja, jetzt schmieden sie einen Plan, wie sie von, wie sie, äh, Joey und die anderen dort rausbekommen. Wozu sich Matt äußert, dass er schon einen Plan hat. So, die andere Truppe von Tai, Mimi und, äh, Izzy ist inzwischen, äh, weitergegangen. Izzy's Laptop spinnt mal wieder rum. Mimi sagt dann dazu, dass ihr Großvater, beziehungsweise die Firma seines Großvaters, äh, ihres Großvaters, ihm das neueste Modell geben könnte. Aber gut, das hilft ihm natürlich jetzt nicht weiter, weil jetzt können die ja nicht rankommen. Tai und Argumon, ähm, schlagen dann vor, dass sie mal draufhauen könnten. Und das ist, finde ich, dann so eine schöne Anspielung an damals, an die fünfte Folge, auch wo Izzy's Laptop ja auch so ein bisschen rumgespinnt hat. Und Tai sich denen einfach, oder war das in der sechsten Folge, wo Tai sich denen dann geschnappt hat und einfach angefangen hat, draufzuhauen, damit er wieder funktioniert. Jetzt tut er das nur spaßeshalber vorschlagen, aber ich finde das trotzdem eine schöne Anspielung, finde ich, an damals. Dass Tai ja unbedingt auf den Laptop draufhauen wollte, um den zu reparieren. Und jetzt schlägt er das zumindest vor. Argumon will da natürlich mitmachen, weil der natürlich auch draufhauen möchte. Aber die ziehen's diesmal nicht durch. Weil Izzy sich, beziehungsweise Izzy macht sich dann ja auch Sorgen darüber, dass... Der geht eher den Laptop dann kaputt, beziehungsweise das Tablet, wie er es nennt. Unterdessen ist die Truppe im Wald immer noch und da sind auch Waspmon, die wieder Fanbemon eingefangen haben. Sie schaffen's, die Kokons von den Waspmon abzutrennen und die Fanbemon da zu befreien. Aber das war auch ihr Plan, damit die Waspmon dann die Truppe dann einfängt, damit sie ins Innere gelangen können. Also Matt, Sora, Gabumon und Biomon, die lassen sich von den Waspmon einfangen, damit sie ins Innere transportiert werden. Dann haben wir hier diesen Übergang mal wieder. Und dann springt die Szene zu Canon-Bemon und den Waspmon im Himmel. Dann auch jetzt einmal so ins Innere, wo man dann sieht, dass das hier... Das Innere von Canon-Bemon ist dann ausgestattet, wie gesagt, wie eine Festung mit gefangenen Quartieren. Oder Quartiere, eher Zellen. Wo man hier auch sieht, dass Gomamon und Fanbemon hier drin sind. Und Gomamon fragt sich, wo Joey ist, weil die offenbar getrennt wurden. Joey befindet sich in... Ja, wie soll man das nennen? In der Müllschacht, in der Müllablage von Canon-Bemon hier quasi, wo der ganze Schrott und... Wo das ganze überflüssige Zeug hinkommt. Warum... Wie auch immer er dort gelandet ist. Unterdessen sind die anderen in Canon-Bemon reintransportiert worden. Dann digitiert Gabumon zu Garurumon, wieder mit dieser wunderschönen Animation. Die befreien sich aus dem Kokon und... Ja, machen sich jetzt auf die Suche nach ihren Freunden. Beziehungsweise müssen sie auch zwischendrin ein paar Waspmon erledigen. Weil die natürlich immer noch versuchen, die von dem Vorhaben natürlich abzuhalten. Auch in den Gängen kommen den Waspmon entgegen. Und dann... Ähm... Kommen immer mehr Gegner auf sie zu. Und dann digitiert Garurumon zu Vere Garurumon. Auch jetzt mit einer eigenen schönen Animation. Ähnlich wie die von... Ähm... Metallgreymon. Sieht man hier ja. Nur fehlt bei ihm dann der Teil, der bei Metallgreymon... Ähm... Durch, ähm... Maschinedrammon ergänzt wurde. Beziehungsweise, wo Maschinedrammon hinzugefügt wurde. Vere Garurumon hat so einen Teil nicht. Also das muss... Möchte ich jetzt nur mal dazu noch kurz dazu erwähnen. Weil sieht man hier ja nicht. Ich weiß nicht, ob das ein wichtiges Detail ist. Ob das irgendwann noch eine Rolle spielen wird. Aber ich find's auf jeden Fall schön, dass Vere Garurumon jetzt auch so eine Animation bekommen hat. Aber ist es immer noch so, dass nur die... Also Argumon und seine Digitation und Gabumon und die Digitation diese Art von Animation bekommen haben. Alle anderen haben bisher sowas nicht bekommen. Und das ist dann seine Endpose. Finde ich auf jeden Fall ganz schön gemacht. Und Vere Garurumon hat natürlich keine Probleme, sich dann durch die Waspmon durchzuprügeln, weil er ist ja ein Ultra-Level-Digimon. Dann schleudert Vere Garurumon zufällig eins der Waspmon gegen die Wand. Die Wand bröckelt und dahinter ist Joey dann in seinem Gefängnis quasi. Die befreien ihn und dann kommt ihnen auch schon Gomamon entgegen. Joey und Gomamon sind dann wieder vereint und sie entdecken die restlichen Fambimon. Wollen die dann natürlich auch befreien, dann kommen aber immer mehr Waspmon dazu. Dann brechen die den Boden durch, wodurch die Truppe dann am Fallen ist. Biomon digitiert zu Bördramon. Und die Truppe ist dann zumindest erstmal vor dem großen Fall gerettet. Bördramon bringt alle sicher zu Boden. Beziehungsweise Joey und Gomamon sicher zu Boden. Matt und Sora fliegen immer noch mit Bördramon. Weil die natürlich die Digimon nicht alleine lassen können. Und Matt hat sich das schon gedacht, weil Sora ja bei Neemon und so auch schon gehandelt hat. Dass es auch diesmal dazu kommt, dass Sora die Digimon einfach nicht im Stich lassen möchte. Canon Bimon bemerkt das natürlich. Deswegen leuchten hier im Moment. Kriege ich das hin? Ne, hat man aber gerade gesehen, dass die Augen auf jeden Fall kurz geleuchtet haben. Da, die Augen haben geleuchtet. Das heißt, er hat den Waspmon Befehle gegeben, dass sie angreifen sollen. Und die eröffnen dann natürlich so gleich das Feuer. Gomamon ist inzwischen zu Ikakomon digitiert. Und unterstützt die vom Boden aus mit den Harpoon-Torpedos. Canonbeamon tut weiterhin auf die Truppe abfeuern. Werigahurumon befreit dann mit einer Wolfskralle die Fanbeamon im Inneren von Canonbeamon. Und Sora und Birdramon sind weiterhin draußen unterwegs. Aber die Truppe kann leider nicht raus, weil weder Matt noch Werigahurumon können fliegen. Die Fanbeamon können zwar fliegen, aber das hilft denen jetzt in dem Moment nicht. Dann lädt sich Canonbeamon hier auf. Sein innerer Kern, der mich sehr an den Todesstern irgendwie erinnert aus Star Wars. Der lädt sich hier auf mit roter Energie. Und damit bereitet er sich vor, seine riesige Kanone abzufeuern. Die er dann auch benutzt, um auf die beiden, also Birdramon und Sora abzufeuern. Die Attacke verfehlt die zwar, aber landet dann im Berg dahinter und verursacht eine gewaltige Explosion. Birdramon benutzt dann den Meteorenflügel auf Canonbeamon, aber das zeigt keine große Wirkung natürlich. Weil Canonbeamon immer noch ein Ultralevel-Digimon ist. Und Sora denkt jetzt über ihre Freunde in dem Moment nach, über die armen Fanbeamon. Und dann leuchtet ihr Wappen auf. Das heißt, sie hat Gedanken der Liebe in dem Moment und deswegen entfacht das ihr Wappen im Digiweiß. Und das Digiweiß beginnt zu leuchten. Und Birdramon digitiert dann zu Garudamon. Mitten im Flug. Und was ich an dem Moment ein bisschen komisch fand, so dass Sora sich überhaupt nicht darüber wundert, dass Birdramon jetzt zu Garudamon digitiert ist oder irgendwie das bekommentiert. Sondern das übernehmen dann am Boden dann Matt und Garbomon. Aber Sora tut hier so, als ob nichts wäre. So, als ob die Situation ganz normal wäre. Fand ich nur ein bisschen komisch in dem Moment und, aber tut eigentlich nichts zur Sache so. Sie ist immer noch zielstrebig und möchte die Truppe unbedingt retten, beziehungsweise auch die Digimon. Dann fängt Garudamon an zu leuchten mit diesen Flammen quasi, wo auch der gute Digiritter mir schon Bilder geschickt hatte. Von einer Digimon-Fan-Seite, wo die sich fragen, wie kann es sein, dass Sora nicht verbrennt, obwohl Garudamon in diese Flammen eingehüllt ist. Vor allem dann auch, wenn es zum, ähm, ja, wie hieß denn das im Deutschen? Ich weiß nicht, ich weiß gerade nicht, wie die Signatur, Signature-Attacke von Garudamon hieß im Deutschen. Im Japanischen ist es auf jeden Fall Shadow Wing. Und da hüllt sie sich auch in dieser Energie ein und da sitzt Sora auch die ganze Zeit auf der Schulter. Obwohl damals im, ähm, Anime das so dargestellt wurde, dass, ähm, Garudamon in der letzten Folge, also in Folge 54, damals vom Original-Anime war das so, dass, ähm, Garudamon, äh, Sora abgesetzt hat auf Mega-Caputerimon und dann ihre Attacke abgefeuert hat, damit Sora nichts passiert. Und dann direkt im Anschluss dann, äh, Sora wieder aufgesammelt hat. Nur hier bleibt Sora die ganze Zeit auf Garudamon drauf. Was ich ein bisschen komisch fand, und Garudamon ist, wie man hier sieht, Sora ist da so in der Größe dann drauf. Garudamon ist, zumindest hab ich das Gefühl, deutlich kleiner als damals im Anime. Auf jeden Fall feuert, äh, Cannon Beamon auf Garudamon Raketen ab. Die tun aber nichts wirklich. Garudamon wehrt die ganz gelassen ab. Dann feuert Cannon Beamon nochmal seine Kanone ab. Und dann kommen wir zu dem Moment, den ich gerade erwähnt hatte. Garudamon lädt sich hier auf mit der Energie und tut dann den Shadow Wing dann auf Cannon Beamon abfeuern. Und zerstört dann damit die Kanone. Und hier fliegt es dann auch noch weiterhin auf Cannon Beamon zu, mit dieser Energie umgeben. Und Sora ist natürlich immer noch auf der Schulter. Sora müsste eigentlich schon längst verbrannt sein, wenn es darum geht. So, und hier fliegen sie dann direkt einfach in Cannon Beamon rein. Und auch wie damals in Star Wars, direkt zum Kern hier in die Mitte und zerstören einfach den Energiekern. Dann fliegen sie direkt zum Container hin, wo die anderen alle drin sind. Schnappen die sich den und fliegen dann weg. Cannon Beamons Kopf fällt vom Körper ab und explodiert dann komplett von innen. Und damit ist Cannon Beamon dann auch besiegt. Die beiden gucken sich dann hier auf jeden Fall schön an. Die Fan Beamon bedanken sich bei der Truppe, verabschieden sich dann in dem Moment dann auch. Und die Truppe macht sich dann weiter auf den Weg. Tai, Mimi und Izzy sind inzwischen hier bei einem Canyon angekommen. Wo sie sich erstmal fragen, ja, wie weit ist es denn noch? Izzy's Laptop spinnt wieder ein bisschen rum. Tai schlägt wieder vor, dass man da draufhauen könnte. Beziehungsweise fragen die auch, wie die Situation aktuell in Tokio ist. Da bekommt aber Izzy keine Infos, weil, wie gesagt, der Laptop spinnt. Da möchte Tai natürlich wieder mal mit seiner Karate-Technik da draufhauen. Aber sagt dann auch, dass es nur ein Witz war und dass das nicht ernst gemeint ist. Und auf jeden Fall muss die Truppe beim nächsten Mal dann den Canyon durchqueren. Und da endet die Folge dann. Jetzt sind wir beim Outro angelangt. Also ich muss zur Folge sagen, die hat mir eigentlich so ganz gut gefallen. Ich finde es auf jeden Fall schön, dass da auch dann das mit den Fan Beamon noch mit reingebracht wurde. Und nicht, dass da nur das Canon Beamon mit den Waspmon war, an dem sie einfach vorbeikommen mussten. Sondern auch dann noch das mit den Fan Beamon reingespielt hat. Weil dadurch hat man noch ein bisschen mehr Story-Aspekte mit dabei gehabt. Und ich finde, damit kann die neue Serie definitiv bisher sehr gut aufwarten mit guter Story. Und da fand ich, war diese Folge auch wieder sehr gut mit dabei. Auch wenn die letzte Folge, also die von letzter Woche immer noch meine Lieblingsfolge bisher war. Oder beziehungsweise ist. Finde ich trotzdem, war dieses Mal auch wieder eine sehr schöne Sache mit dabei. Einzige, was mich wie gesagt gestört hat, war, dass ein Sora als Birdramon zu Garodamon digitiert ist. Nicht drauf eingegangen ist, sich gewundert hat oder sonst was. Sondern einfach nur fokussiert war auf die Sache. So nach dem Motto, es ist das Normalste auf der Welt, dass das jetzt passiert ist. Und wir machen jetzt einfach weiter so. Und natürlich haben wir wieder ein weiteres Ultra-Level-Digimon dabei gehabt. Also eine neue Ultra-Level-Digitation für eine Digi-Ritter. Das heißt, wir sind jetzt langsam dann durch schon fast. Also es fehlen jetzt an sich nur noch Joey und Izzy. Die müssen dann auf jeden Fall noch, voraussichtlich in den kommenden Folgen dann, ihre Ultra-Level-Digitation bekommen. Damit die Truppe dann soweit dann durch ist damit. Weil, würde mich wundern, wenn bei den sechs Digi-Rittern das dann so gehandhabt werden würde, dass einer dann noch kein Ultra-Level bekommen würde. Wäre zumindest sehr komisch, wenn die das so handhaben würden. Aber da werden wir ja auch sehen, wie das dann sein wird. Jetzt gucken wir uns dann gleich noch das Outro an. Also für alle, die sich nicht spoilern lassen wollen für die nächste Folge. Die schalten dann jetzt an der Stelle dann ab. Und wir gehen dann jetzt zum Ende des Outros und gucken uns dann die Preview für die nächste Folge an. Und da mache ich es dann wie bisher auch, dass wir die jetzt einfach abspielen, damit man das dann auch besser dann zeigen kann. Weil sonst, weil die Preview hier in der Folge an sich nicht ewig lang ist. Deswegen ist es da schwer, dann alles drauf zu kriegen im Zweifel. Deswegen spielen wir die jetzt einfach mal ab. Da haben wir auf jeden Fall Kabuterimon mit Izzi gesehen. Hier sehen wir Togemon, das das Nadelfeuer einsetzt. Da sehen wir ein Kuwagamon. Das heißt, wir haben endlich ein Kuwagamon mit dabei. Ach, da spielt wieder VLC verrückt. Hier sehen wir auf jeden Fall Greymon gegen Kuwagamon kämpfen. Kabuterimon gegen, ich meine, das war Okuwamon. Genau, hier, das ist definitiv Okuwamon mit dem Flügel, dem Farbschema und dem Haar. Hat Okuwamon Haare? Na ja, auf jeden Fall, darum geht es dann beim nächsten Mal. Und gut, hier werden wir dann schon gespoilert. Und wenn es dann im nächsten Mal dann gehen wird, und das ist dann Izzi mit Mega Kabuterimon. Also beim nächsten Mal werden wir dann Mega Kabuterimon zu Gesicht bekommen. Und damit endet die Folge dann offiziell. Also da bin ich echt schon gespannt dann auf die nächste Folge dann mit Mega Kabuterimon. Das heißt dann, in der übernächsten Folge müsste dann rein theoretisch Joey dann mit dran kommen. Und da bin ich schon echt gespannt, wie das dann gehandhabt wird, beziehungsweise was da passieren wird. Und wie gesagt, dann sind wir jetzt auch am Ende der Review dann angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, sagt das immer gerne durch einen Daumen nach oben. Würde mich freuen. Abonnieren nicht vergessen, wenn ihr zum ersten Mal dabei seid. Und dann würde ich sagen, sie machen es beim nächsten Mal dann wieder. Haut rein. Ciao, ciao. Ciao.